Ja, und ich bin's wieder. Okay, so nahe Hara am Himmel mit meinem Let's Play von Parasite Eve. Ich hab mich zwar immer noch nicht ganz beruhigt, vielleicht so ein klitzeklitzekleines bisschen, aber... Irgendwann muss das Show, ja, go on'n. Ihr wisst, was ich mein. Na gut. Jetzt müssen wir erstmal zurück in den Raum, wo uns ja der Triceratops erstmal untergeschubst hat. Von wo? Ja. Ich kann nicht mehr sprechen. Jetzt tun wir mal von hier aus. Da gab's ja auch noch einen Secret-Raum. Erstmal kämpfen wir wieder. Mega-Deja-Vu! Wenn man's so auffällt. Oh, ich bin eindeutig stärker geworden. Schön. Oh ja, her mit dem Medicine! Give me all the hells! Ah! Oh no, the hells you've got here! Ich will da rein! Oh man! Wieso kann ich da nicht rein? Du blöder Dino! Na gut. Erstmal wieder rauf. Da war's doch. Und da hat er uns ja runtergeschubst, der Wichser. Was ist eigentlich da? Ich glaub, das war auch wieder so eine andere Seite, das wir ja eben gerade hatten. Na gut. Dann auf, auf! Und da war's doch auch wieder so eine andere Seite. Wo bin ich jetzt? Äh, jetzt ohne Scheiß, wo bin ich? Nee, jetzt anser, wo bin ich? Arsch, Dino, fick dich! Nee, dies! Stop it! Du gehst mir auch auf die Nerven, du! Na komm! Ups! Und bam! Oh, schön viel Ammo! Das gefällt mir! Tanken! Schön tanken! Genau, das will ich! Ich bin wieder fast full, aber... Scared to death! So, jetzt ist doch wieder alles voll, ne? Wir sind alle voll, meine Schätzchen! Wie viel Ammo habe ich jetzt eigentlich? Okay! Das ist ein Secret-Raum! Wieder rein! Dann wieder rein! Dann wieder rein! Danke! Ein Tool! Und ne neue Pistole! Wenn man von spricht! Hahahaha! Ich hab'n Tool! Bitches! Ich werd wieder wahnsinnig! Ich war heiß! So, ich hab' jetzt wieder ne neue bekommen! Na, wo bist du denn? Da! Ich will eigentlich jetzt nur den Effekt von dem Baby haben! Der hat 55 an Stärke! Der hat 55 an Stärke! Ursprünglich 53! Die hier hat 57! Keine neuen Abilities dafür! Dann nehm' ich das und das und gebe ihm diesen Effekt! Enter two commands! Danke! Uh, ich bin so gespannt! Und... Hier! Hab' ich erkundigt! Liberate! Es ist ein Angriffsspell! Und... Hm... Der stärkste Spell im Spiel sogar! Stärker als der Energy Shot! Vielleicht vergleichbar mit Ultima! Aus Final Fantasy! Hm? Muss man mal austesten! Wenn wir dazu kommen! So, jetzt bin ich aber nochmal zurück! Ich will diesen neuen Secret Raum! Ich hab' mich über ein Secret erkundigt, das es gibt! Ich will es! Ich will es! Gib mir das Secret! Ich will es! Ha! Jetzt komm' ich durch! Fuck you! Bitches! Light but Tough Armor! Light but Tough Armor! Ich will es! Ich muss es doch mal gucken! Kein besonderer Effekt, den der da prockt! Ja, aber gut. Aber... Braucht es schon. Gut, super zu well. Die Effekte kann ich jetzt auch wieder auf Dings übertragen. Oder ich gucke mal wegen einer anderen Waffe. Die ich da habe. So viel Grenade Launcher, das gibt's doch nicht. Grenade Launcher, Grenade Launcher zu viel. Kombiniere ich einfach mal hier irgendeinen mit Dings. Was soll denn der Scheiß? Moment, welchen habe ich jetzt ausgerüstet nochmal gehabt? Oh man, ich bin so vergesslich. Das ist furchtbar. Handfeierwaffe, Machine Gun, Grenade Launcher. Grenade Launcher. Grenade Launcher. So. Dann kann ich das hier doch auf Dars übertragen. Add Tranquilizer to Bullet. Add Tranquilizer to Bullet. Good. We'll be moved. Good. Und jetzt ist sie stark. Jetzt ist sie noch stärker als vorher. So, gefällt mir das. Gut. Dann ist es geschafft. Wir können weiter gehen. Und ich habe das Gefühl, ich komme immer mehr dem Ende entgegen. Das ist so mein Eindruck. Was aber jetzt meine Sache von wegen hier bis zur Hälfte, dass ich mittendrin hier so unterbrochen habe. Ah, ja. Hier. Nice. Gott, ist das cool. Haha. Die sind so schnell tot. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Das ist so cool. Und ich kann da schon direkt wieder angreifen. Oh, ist das toll. Ey. Beste Entscheidung meinerseits gewesen. Ich habe zwar jetzt vollkommen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Aber scheiß drauf. Aber scheiß drauf. Aber scheiß doch drauf. Hui. Also durch die Tür kommt man jetzt nicht mehr. Ach. Das ist eklig. Aber durch das die Treppe. Eww. Ok. Ave is down und singt wieder ihr dummes Lied. Ok. Ist hier irgendwas? Sche problematic. Es sieht so ... Ahhh. Es riecht das Secret Na dann Eve's on the other side No shit Eve 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 Mir läuft's eiskalt den Rücken runter. Oh, das ist Eve. Entschuldigung. Why do humans give birth, hmm? Maya! So, we're going to die. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die große Kletcher. Oh nein, die Cells. Das muss die Wille Yves geben. Was sie geben? Ja, die große Kletcher will act as eine Belial zu protecten die Ultimate Being. Was sie jetzt? Ja? 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 Lorraine! The helicopter's coming! Everyone, Doc, cover your headset! Hm. Soviel zu dem Thema. Officer Breyer of the NYPD, correct? Man, it is my duty to accompany you to the aircraft carrier. Accompany her? To the what? What? Welcome aboard the Navy's pride and joy, the Nimitz. I'm Williams. I command this ship. Sorry to have you come on such short notice. Hey, you better not put Aya in danger here! You! Who do you think you are, talking to the Admiral that way? It's quite alright, Lynch. After all, he is right. What? What do you mean? You're the only one that can't be ignited by her. I'm asking you to get in our chopper and nuke the creature. Hold on! Aya can't fly a helicopter! Not a worry. The chopper's been set to auto. She won't have any problems. So, she just needs to fire from a distance where she can't be ignited? Unfortunately, the weapon needs to be fired at close range in order to work. And we cannot move in that close, since we will be ignited. Well... I'll do it. Aya! Aya! No way! You're not going up there! All fate lies in your hands, Aya. Okay. Daniel? That... thing... that's not Lorraine. Do it for Lorraine too, Aya. Do it for Lorraine too, Aya. No, wait! Aya! Please take this! Come of it, man! We don't have time for that right now! Yes, of course! I'll... Please be careful, Abdel! Okay? Of course! I'll be fine! Süßer wollte uns nochmal einen Glücksbringer geben! Um... Maaya... ...the creature is within view. Switch on to Formation 2. What? What's happening here? From the last battle, we were able to anticipate this attack. We're positioned this way for a reason. What do you mean? We will act as your shield, so that you will live to attack the creature. What? No! I'm not doing this without your... We're entering fire range. Prepare to attack. Alright. Please, move away from me. Now! We cannot abandon your duty. Besides, we are already within rage. This is insane. Since Christmas Eve, I've put a curse on my own body. Why me? Why is this happening to me? I don't understand. I don't understand. But I don't care anymore. Because Eve, I am the one that can destroy you. Once and for all! Maya, I earn this and let you rest peacefully. Renocent has changed the way to Allah and who gets ready for the Father. I will do the right. I will let you rest beautifully and obey me for the Father. Yes, congratulations. What can I do after this, and let me know that this is the Lord? What is the United Kingdom? What is the Fape 80th, and Airport? Mor paths toward the cross? Florida is rising 8th Lane Is Yang Zung in 10th Fall. Reste in Peace, Lady Liberty. Mann, die arme Frau. Wir did it! Well done. That was magnificent. Return to base, Aya. No, it's not over yet. Oh yeah, come back, now! It is too dangerous to continue. Return to base at once. We will plan. But... Oh yeah, bitte lass mich speichern. Are you sure? Will you... Wieso werde ich jetzt gefragt, ob ich speichern möchte oder nicht? Was soll denn der Scheiß? Ich will das Spiel speichern, natürlich! Naja. Aber ich beende jetzt mal an dieser Stelle den Part. Egal ob positiv oder negativ Wettung, immer gern gesehen, doch was von der Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. Bis zum nächsten Mal wieder. 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 Bis zum nächsten Mal wieder.